Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Cinema Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo moin Leutchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cinema Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal sind wir hier zu den Kaptokorn-Gipfel gegangen, haben uns einige Sequenzen von Mio und Mio von früher angeschaut. Und wir machen weiter mit Mio's Helden-Mission. Im Übrigen, ich habe mir die Helden hier angeschaut, also was man hier von den Bildern sieht. Und von den Bildern würde ich sagen, dass die Heilerin hier, die wir hier rechts sehen, Miyabi wahrscheinlich ist. Also ich gehe davon aus, dass wir sowohl Miyabi als auch Kamorabi als Helden bekommen werden. Ich gehe zumindest davon aus. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, ist natürlich eine andere Geschichte. Im Übrigen, weil ich mich die ganze Zeit frage, ja, das ist eine weitere Ebene hier von Aethia. In unserem Anfangsgebiet. Ich hätte mich schon gefragt, weil mir die Region ein bisschen bekannt vorkam. In der Sequenz. Da unten liegen wieder einige Tote. 200 Meter dürfen wir laufen, in den Streit, da mischen wir uns mal nicht ein. Aber wir gehen mal die Leichen da beträllern. Ich fahrt mich schon mal wegen gleich kommenden Sequenzen aus dem Bild. Ich denke mir, dass wir heute zu Colony Omega kommen. Hier liegen verdammt viele Höhen. Ich wollte die nicht angreifen. Möget ihr in Frieden ruhen. So, darüber muss ich. Es ist so cold, ich könnte mich überraschen. Ich würde mich überraschen. Ich wollte gerade sagen, wir haben, glaube ich, erstmal hier einen Stein hineinzusammeln. Ich glaube, du möchtest das Kühlschrank, Juni? Wie bitte? Wir haben ein paar neue Freunde gemacht. Was für ein genialer No-Porn. Was verkaufst du denn so Schönes? Okay. Das hier kaufe ich auf jeden Fall. 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 Hey, das ist keine Quest, es ist klar. Können wir sprechen? Das hier kaufe ich auf jeden Fall. Schönes Mal. Das hier siihen. ...sicht werfen. Andersrum mit Stücken ein bisschen schwerer. Das war mein Kampfschrei. Du machst auch Theater wegen der Kälte. Den machte beide Temperaturen nix aus. Na gut, dann machen wir mit der Haupthandlung weiter. Aber vorher wasche ich die Kleidung. Mio, kannst du uns mehr über die Kolonien Omega erzählen? Ich hatte glimpsen, wenn wir Interlinken. Aber was das alles bedeutet? Genau. Ich werde versuchen. Sana, ist das okay? Kann ich? Ja. Ich habe keine Probleme mit dem. Du kannst sie sagen. 5 Jahre später. Die 3 von uns waren foot soldiers in Kolonien Theta. Ein Tag, mit keinem Grund gegeben. Wir wurden in Kolonien Omega. Wir waren nicht mitbevoll, ab und auf die Kälte waren. Wir fangen einfach zu machen. Wir hatten nicht immer weiter. Wir waren nicht mitbevoll. An accident. Mia, be here. Just wait! Mio, take this. I'm giving you my whole self. So please, live life in my stead. Miyabi. Thank you. Miyabi! I... I couldn't do a thing. I wasn't any use. None at all. Senna. Miyabi was a hero. All that an officer ought to be. She put it in here. And she gave it to me. Truly a... Hero. I decided... I'll find it for myself. I'll leave my mark. On others and the world. This lifetime... This lifetime... That Miyabi gave to me. I'll use it well. Regret all you want. But the past... But the past... Can never be changed. But... You can change who you are in the present. If I was stronger then... Like now... I might have been able to save everyone. Is it wrong to think that? Not at all. I feel you. I know I wish I'd been stronger... Back then. So yeah... I want to go back there... With that in mind. And now I have the chance. Mio... What kind of colony is this, Omega? I never even knew it existed. Yeah. Our side didn't know about it either. We've got... What? 23 Agnian colonies and all? They go up to Sai. Good intel. Hey now! Don't go lumping me in with Lance. I took my education seriously. Ah, shut up. Don't flatter yourself. Colony Omega was... An independent entity. It never engaged. The name it used was Agnian. But even that... Wasn't the whole truth. Omega's administrator... Was the Mobius Y. He was... Performing some kind of experiment there. Using us as guinea pigs. I don't know what he was doing. M wasn't briefed on it either. All I can remember is... That oddly glowing... Violet flame clock. A colony that doesn't fight. Never knew that was even a thing. Why has restored it now? Colony Omega, I mean. You know this from M. Senna, anything to add? I don't really know much about it. The accident happened... Pretty soon after we were moved. I see. Omega's existence... The tasks... It was all why. That's just... The Mobius he is. Dushet. Dushet. Mimi. Remember? Didn't we see the same color... On Ethel and Camerati's Veronyces? I could... Be wrong. No. You're spot on. Good call, Senna. I didn't think of that at all. Really? Ethel and Camerati had their lives taken. And in that accident... So were the whole colonies. Most likely... Why was... Running experiments that could potentially prove fatal to our soldiers. And now that the colony's back... You're thinking... Miyabi's still in there. Yeah. That's why I have to go. To end this... He's toys with our lives as he pleases for long enough. Exactly. I'm with you. Let me go too. We're all going, I thought. Right? Yeah. Obviously. Let's go, Mio. To Colony Omega. Everyone. Thank you. This time... I'll do the saving. The brilliance doth please. For ceaseless eons, we Mobius, have abidden apace with this world. Yet withdrawn out abiding, many lost sight of the pith thereof, dissipating slowly, as doth the world. The brilliance of life is exigent, more dazzling than now, if we wish to save the world. The new Colony Omega is somewhere around here. Yeah. I'll do it. 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 You think you're all that, Dilla? You heard me a lot of noise. I'll do it. I'll do it. I'll do it. I'll do it. What? Unusual. They might be stretched thin. Huh? If it's like Neo said, and they've been running an experiment out of Omega... These soldiers are evidently one of the results. Kevis and Agnes. What kind of experiment could involve both of them? I don't know. But I do know the answer lies ahead. We could do with some food. I feel definitely stronger. Ah! All charged up and ready to go. Na dann, let's go. Da stehen noch mehr von denen, ne? Should we deal with this? Einfach vorbeigehen. I'll do the reinforcements. Ah, schon wieder Leute zum verprügeln. I've got to keep their attention. Ugh! Mwamba? Hacked. They've been reborn? No. If that was the case, wouldn't they be way younger? Mwamba looks like he did this term. Mwamba! It's me! Lanz! You know me! Stop it! Mwamba! Mwamba! Stop it! Family happened. Music is hard to get a娘 Phleip. This melody? Miyabi? It's Miyabi? Why? Warum? Das ist warum. Miyavi! Das ist ich! Senna, dein Freund! Wir kamen, um dich zu retten. Du musst nicht mehr für ihn kämpfen. Du musst nicht mehr für ihn kämpfen. Also, stop! Komm mit uns! Schau dir dein Gehirn. Die Revenen nicht erinnern oder fühlen. Nur der Instinkt zu kämpfen, um den Knapp zu retten. Normalerweise, sie würden die Knapp zu retten, in einem Knapp zu erwachen. Wie ihr damals. Sie kämpften für zehn Jahre, bevor sie zurückkommen zu ihrer Majestät. Was ein Stück von Arbeit. Das ist das, was ihr. Sie sind. Unsere Erinnerungen und Gefühle, sie definieren uns. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Wenn du das alles wegkaufst, ist es ein Phantasm. Grundsätzlich, Erinnerungen und Gefühle sind aber extra und nachdenken. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind nur die Zerrung. Sie wollen gewinnen, etwas Zerrung von etwas, von einem, von dem. Why are you doing this? What's your goal? Merely the betterment of life for Mobius. What? For such is Zed's humble desire. Zed? It is Zed who wove the fabric of this world. Consequently, we who are his avatars enjoy powers beyond mortal ken. Mobius are Zed's avatars? The gift I was imparted is the creation of flame clocks. Must I say more? I hold the life of every soldier in the very palm of my hand. Indeed, the flame clocks. They are part of my very being. Ethel and Kameravi's flame clocks. Those were some of my finest work. Did they not thrill you? The ebb and flow of their lives. Ah. Ah. Then did it strike me. Like unto a flame, human life also doth glow and glimmer bright as just before it is quenched. And hence, there can be no greater nourishment. Indeed. This flame clock is therefore my proudest creation. The final year when life is at its most dazzling. A clock that gives rise to a sublime instant. It is a flame clock most radiant. Final year. So that's it. Muamba and Kameravi. You brought them back close to their homecoming. Why? This is all kinds of screwed up. I've never met anyone I wanted to punch more. Yeah. Even for Mobius, he takes the biscuit. What is the matter? Proceed with the killing. Let your function be fulfilled and killed. And I shall raise you up as many times as needed with my flame clock ablaze. He's mad. Come. Come. Let my eyes feast upon the brilliance of your lives. Here and on. I will the so hard card of up prügeln. Der hat Prügel wirklich hard verdient, der eine Mobius. Also der hat sie wirklich verdient. Ich glaub ja wohl, es hackt. Also wir haben schon viel von denen gesehen, die einfach nur moralischer Abschaum sind. Aber der schießt wirklich komplett den Vogel ab. Okay, zwei von ihnen sind K.O. Yangis Kette spar ich mir. Ich meine, der ist sowieso fast ritt. No escape. Ha! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Oh, Murambo. Wenn du so stark bist? Kameravi, auch. Der letzte Mal, er war in Faronis. Aber er sieht, dass er noch mehr geflogen ist. Sparks! Was? Ist das ihr fight-or-flight instinct? Poor Miyabi. Sie sind stark, okay. Aber das sind sie. Huh? Die Melodie, die Miyabi used to play, war nicht so so. Es ist keine Chance, dass es so so schrecklich war. So, dann? Ja. Sie sind schade. Sie sind schade. Sie sind schade. Es ist nicht unsere alten Freunde, die wir hier fighten. Es ist etwas anderes. Eine Stütte Observation, ja. Es ist so. Aufgrund der Grund, die grundsätzliche Konditionen zu sein, ihre Psyche sind eher... ...unstable. Die Melodie, die du hörst, um sie aufzunehmen. Ein Offseer... ...weig zu ihren Behörden. Sie ermöglichen sie zu realisieren. Das ist das, was ich auf meine Erwartungen fokussiert habe. Und aufzunehmen. Das ist falsch. Sie können nicht die Offseers benutzen. Au contraire, au contraire. Sie sehen, für dich selbst. Die mentalen Stabilität ist entzündet. Und ihre Bewegungen sind zu den Basischen Speziations. Natürlich gibt es keine Willen. Aber Willen ist ein Schadeffekt. Schade. Sie können nicht das machen. Nicht für meine Abbey. Nicht für unsere Offseer-Wrights. Wie schade Sie sie zu deinen eigenen Enden. Das ist ein guter Tune. Ein Chris Original. Ja. Ich denke, es ist. Vielleicht kann ich sie auch. Du hast deine eigenen Tunes, Noah. Die sind nur so gut. Wunderschöne, würde ich sagen. Wunderschöne. Wunderschöne. Ich habe nur ein paar Noten in einem Schaden von meiner alten Köln. Es sind nicht die Noten, die wichtig. Es sind die Gefühle, die du sie mitzündetst. Gefühle. Die Emotionen. Es resoniert. Mio! Es sind Gefühle! Gefühle? Es ist die Offseer-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights. Sie ist eine Offseer-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wrights-Wright Good thinking, you two. Huh? I'm saying this might actually work. Come on, guys, defend. Lanz, Senna! All right. Sure thing. Let's go. 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 Der soll leiden. Einen Moment. Wenn schon, dann richtig. Ouroboros Kommando. So, und wir sind auch schon am Ende vom Ouroboros Kommando. Aus, Maul! Okay! Du, Missou. es geht aus maue ich hau dir die scheißosen leiby ich hab da nicht auf luckys heffen ich merke es gerade bei nur aber zumindest bei mir habe ich das auch die ultra technik gemacht so und jetzt habe ich ihn noch mal eine auf die schnauze zeit das hier zu beenden und mehr als nur passend wird mir das ganze hier beenden der kriegt jetzt übelst aufs maul verrecken in hölle fahr zu hölle wo du hingehörst das hier ich werde sie nicht mehr er ist ich werde sie nicht mehr die die Und jetzt sind sie ein Bild. Jetzt, nehmen diese Brillanz in die Hand. Und es öffnen sie weit. Und in so doing, illuminate den Welt der mit. Ich werde dich sehen. Eagerlich. Er hat weggezogen. Ja, ja, ja. Ja. Meine Abby, dank dir. Ich habe so viele. So viele Worte zu so vielen anderen. Und noch nicht fertig. Ich werde weitergehen. Es war eine schöne Melodie. Deine. Und... Noah. Schön, dich zu treffen, ich glaube. Ja. Aber ich fühle mich schon, dass ich dich kennen. Noah, oder? Deine war sehr schön. Wie ich meine. Ich versuche es zu diesem. Nein, du... Du wirst auf das. Oh, ich... Entschuldigung. Ich versuche es. Es wird so gut wie neu. Ich versuche es. Das ist nicht was sie zu sagen. Warte. Warum bin ich... Warte. Von mir zu Mio. Und von ihr zu dir. Das Gefühl wird weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich versuche es mit dir. Ja? Ich versuche es. Ich versuche es. Wenn das wie du fühlst, ich werde mehr als glücklich sein, dass ich es benutze. Ich versuche es. Ich versuche es. Mio? Huh? Ich versuche es. Du bist der größte Offseer, der ich gesehen habe. Oh. Es gibt noch viel Platz. Aber zumindest, ich habe mein Weg gefunden. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Das bestätigt übrigens, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass Miyabi einer der Helden ist, zusammen mit Kamoravi. Das wäre wahrscheinlich die beste Option. Hier muss das aber auch was Gutes, weil so konnte man alte Freunde wiederkriegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Bolu. Ich wusste es. Und das war auch mehrheitsklar, dass es mir zuerst ist. Okay, sie beschleunigt die Technikaufladung. Sie ist ein richtig guter Supporter, lese ich. Okay, das wusste ich nicht, dass zur Explosion auch noch die Anzahl der Items hier erhöht. Und dass das die Wutlinien so gesehen wegmacht. Und das mit Miyabi war wichtig. Was ist im neunten Intervall? Ey Mädel, du kommst jetzt sofort ins Team. Keine Widerrede. Ich will mal kurz gucken, was für Techniken sie hat. Okay, damit macht sie ja, dass die Techniken schnell aufgeladen sind, ne? Damit kann sie die ja sofort auf Maximale geben. Na gut, 70%. Eine Explosionsfähigkeit. Und sie muss natürlich auch heilen, ne? Also sie ist ein kompletter Supporter. Allein nur das Prinzip muss die jetzt eigentlich mit dem Team bleiben. Bei der Synchronisation können wir jetzt auch noch was machen, eben schnell. Meint ihr jetzt nicht unbedingt nur zu stärken? Obwohl ich da natürlich auch gucke. Ja, ne, ich glaube mir einfach direkt da tier. Ich weiß, was ich ihr mitgebe. Nämlich das hier. Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Das ist mit Abstand die beste Fähigkeit. Die fehlt bei fast jedem. Achso, sie kann es auch so lernen. Na gut, dann nevermind. Warte, was gebe ich hier an? Mehr Schaden, mehr Hitze. Das können wir gönnen. Und das können wir gönnen. So, er kriegt einen Angriffsbonus. Und das. Ich bin noch Kripsrate. So, er kriegt das hier. Bei ihr spare ich ja noch. Genauso bei Taion. Aber ich dachte mir, dass das Miyabi ist. Direkt nach der Sequenz, die ich gesehen hatte. Dass das Miyabi sein muss. Das dachte ich mir einfach nur. Und zu Kamoradi kriegen wir bestimmt demnächst noch eine Heldenmission. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die City gehe. Es fehlen nur noch zwei Helden. Dann haben wir alle Helden. Aber ein Happy End mit Miyabi, ne? Das ist einfach nur schön. Auf jeden Fall. Die Folge ging jetzt lang genug. Ich hoffe, ihr hattet ehrlich Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann. Bis dann.